Herzlich willkommen zur Vorstellung des Hellerbausatzes Citroën 2CV. Nun schauen wir uns einmal den Citroën 2CV im Maßstab 1 zu 43 an. Er besteht aus 21 Teilen und hat die Maße 88 x 34 mm. Auf der Rückseite schön die Farben zu erkennen, die man benötigt, die Geschichte zum Original und die dicke Möglichkeit. Die Karosserie, die Klarteile, die anderen Teile im Spritzling, die Dickels und die Bauanleitung. Hier die kolorierte Bauanleitung, die Farben, die zum Bau benötigt werden. Die Bemalungsvariante mit den Dickels. Der Bausatz des Citroën 2CV ist nun bei Ihren Fachhändlern erhältlich und wir wünschen viel Spaß mit dem Modell.